Also, wir haben jetzt das erste Mal Stau verursacht, ist auch klar. So, was wollen wir denn machen? Muss grad mal gucken, weil wir haben eigentlich heute von den Produktionsstätten her eigentlich genug. Ich will keinen Spazieren fahren, ich weiß nicht, keine Lust drauf. Wir machen was anderes. Kipp auch. Weißer. Kann der auch? Jawohl, der kanns. Den bieten wir uns. So. Jetzt kloppen wir ab. Dann holen wir nämlich hier unser Deichsel. Oh, wir hatten hier fahren geübt. So. Ja, Manu wird sagen, so ne Scheiß fahr ich nicht durch die Gegend. Hat er auch recht. Ist halt Deichsel. So. Was auch immer das da ist. So. Jetzt. Oh. Jetzt. Hat der Holzfäller-Mod ein Update bekommen oder irre ich mich da jetzt? Oder ich habe den nicht drauf genommen. Lass mich sehen. Der ist doch... Oh, verdammt. Da müssen Denny mit drauf... Ach, ja. Lampa-Check-Reste. Egal, es passt. Na gut, dann gucken wir uns, dass wir jetzt mal hier die neue Produktionsstätte beliefert bekommen. Machen wir im Hals halt mal gar nichts. Machen wir heute mal ein bisschen Eisen auf dem heißen. Aber ich vermute mal, ich muss doch jetzt bestimmt den Steinbrecher reinschmeißen. Der bricht alles, ne? Ne, war nur ein Steinebrecher, ne? Ja. 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 Ach so. Scheiße. Ja. Das war die... Drauf. Ja. 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 Und funktioniert das jetzt wieder nicht? Geschwindigkeit permanent halten, macht er wieder nicht. gut. Egal, passt so. Das passt so. So. Was soll denn die mehrfach belegt sein? Dann kann man sich ja mal jemand verklickern. Ach, dann hauen wir dich doch einfach raus. Und setzen dich dann einfach da hin. Perfekt. Dann haben wir wieder ein Knöpfchen frei. So einfach macht man das. Ja. Ähm. Ich will ja eigentlich hier nur die Achterbahn und die ein paar Schiffchen bauen. und ein bisschen Erfahrung mit Holz sammeln. Vor allem was jetzt mit dem Holz-Dumper-Check da ist. Mal gucken, ob er den gezogen bekommt, ey. oder? Was. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das kann spaßig werden Untertitelung des ZDF, 2020 So, Brücke und dann links Was ist denn der schnellere Weg So, ich muss ja noch Oh, ich will wirklich jetzt noch durch die Pampa fahren Oh, 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 oh noch mal da lang muss ich auch so passen hier rechts schon fahren jetzt fahren wir hier rechts dann halten wir uns links dann sind wir da wunderbar das passt da haben wir uns wieder was eingebracht hier wäre vielleicht excel dex serie und dafür besser gedacht aber mal die kleine karre da ist ja ausreichend hier 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 Ich habe die Brücke und die Assetan Dengus. Ja, fahr mal ein bisschen durch die Bamba, das habe ich gerade auch gelernt. Ja, fahr mal mit 7 hoch. Krass, dass das Ding hier nicht mal zeigen muss, was es kann. Ja, fahr mal mit 8 hoch. Ja, fahr mal mit 8 hoch. Kleine Maschine, aber oh! Mal gucken, ob es überhaupt auch was bringt. So... No? So... So... F aí Sexta